Ein Arzt hat Vorräte in der Accord Radical Klinik gefunden. Er sagte, dass dort überall Mutanten sind. Bring ihn dort hinein, damit er das Zeug besorgen kann. Varys hat ein anderes Kontrakt, und er eröffnet mehr als usual, was... Oh, hör auf Englisch zu reden. Ich verstehe eh kein Wort. Der erste Menschen, Votana Hybrid, befindet sich in einem kritischen Zustand. Um ihm zu helfen, musst du für Ehren seine Patientenunterlagen besorgen. Gehe zum Accord Medical Center und schau nach, ob du sie dort finden kannst. Ja, ich mach das. Wir können jetzt unser eigenes Fahrzeug rufen. Ah, da ist es ja. Geil! Ich schweiße die Koordinaten in die Karte ein. Ist ein bisschen... Ja, schwierig, die Lenkung. Also sie ist nicht so... ...komplett direkt, sondern... ...man muss wirklich ordentlich einlenken. Mädchen! Wie oft noch? Ich kann kein Englisch. Ups. es gibt hier keine hindernisse für mich wir schaffen das kommt schon ja ich möchte da jetzt durch das ist mir scheißegal ob ich jetzt ausnehmen könnte ich bin jetzt okay ich bin jetzt doch nicht mehr zu stür ich habe jetzt keinen bock mehr ich will jetzt hier weiter das dauert 20 jahre bis ich mich da durchquetsche wahrscheinlich oh bin ich im kampfgebiet alles klar die medizinischen vorwärts achte aber auf mutanten auf dem weg die mache ich schon fertig wo ist das jetzt hier ach da unten was willst du alter was bist du denn gollom's mutter oder was gleich in die luft gesprengt ja ja okay ich komme hier runter man waren hier ist aber auch was los noch das muss aber da oben sein das blöd so setzte meine unsichtbarkeit mal ein gesichter da alles klar haha ich bin weg viel spaß mit denen ich bin nicht so gemein ich helfe ein bisschen meine güte du ich weiß mein schild ist da und ich weiß dass ich scheiße schieße braucht mir hier keiner sagen von euch jetzt muss ich hier irgendwie wieder hoch ja da und mal meine munition auffüllen das wäre auch nicht schlecht das finde ich cool dass man hier ordentlich munition hat ist natürlich nicht so prickelnd wenn man ein game spielt was eine herausforderung haben soll aber naja sehr gut das ist eine gute menge an vorräten wir haben sie gut gemacht wir sollten ihnen sanitätern vom dach aus signale geben ich bin halt gut so ist das halt was ist denn jetzt los werde ich angeschossen ich werf noch eine granate mal rein so das ist wieder so eine gollom verwandtschaft so lässt du die mal in ruhe wir müssen jetzt aber weiter leute wir haben dafür gibt es keine zeit ich muss jetzt vom dach aus das heißt ich muss da jetzt irgendwie hochkommen man die nerven mit dem gesülze das ist wirklich so eine sache ups dermaßen offen ja du willst mich sterben sehen der dankeschön sicherlich nicht ich glaube ich habe jetzt was platz gefahren mit auslöschen ja mache ich doch so mädchen wurde getroffen es gibt keine hoffnung es gibt keine hoffnung komm schon wieder unser schönes fahrzeug rufen zu faul zum laufen aber das finde ich cool dass wir gleich so ein fahrzeug haben das will ich auch können wie machst du das oh cool ups okay das war nicht so cool oh wie infiltrieren die hier voll ey alter falter wir machen euch alle fertig wirklich niemand wird hier wegkommen oh komm her du zack nochmal ich habe kein geschäft so wir können jetzt wahrscheinlich deren lager so richtig zerstören oh das ist ein bisschen schulios alter scheiße man okay bisschen munition mitnehmen und dann weiter SIBO will vernichten na komm schon Oh, wo muss ich denn überhaupt lang? Kann ich überhaupt lang? Ah, was mache ich da? Was mache ich da? Was mache ich da? Scheiße. Leute, ich will da runter. Ja, da muss ich auch lang, ne? Ich mache es jetzt einfach mal. Woosch. Oho. Mann, 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 ey. Hätte ich gewusst, dass es so ein langer Weg ist, hätte ich nicht zugesagt, ey. Hätte ich lieber Döner essen gegangen. Ja, was tue ich nicht alles, um die Welt zu retten? Hä, das, was davon übrig geblieben ist. Was ist das hier? Die Mutanten planen einen Angriff auf die New Freedom. Sie sammeln sich am Kinship Plaza. Wir müssen sie anhalten, aufhalten, anhalten. Okay. Drei, zwei, eins. Oh. Oh. Was geht hier ab? Von 0 auf 100? Was ist denn hier los, ey? Ich kann noch nicht mal meine Unsichtbarkeit hier ansetzen, gerade. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt gerade so überleben. So eine Art Herausforderung. Okay. Punkte. Keine Belohnung. Ach so, ich muss theoretisch gesehen so und so viel schaffen, damit ich dann eine Belohnung bekomme. Drei, eins. Na schön, ey. Und jetzt kommen sie alle hier. Der Feind! Der Feind! Der Feind! Der Feind! Oder ich muss hier abhauen. Achtung, du verlässt das Amoklaufgebiet. Okay. Sei nicht sie! Fehlgeschlagen. Leute, wir müssen tatsächlich dieses Scheißding machen. Will ich jetzt aber nicht machen. Scheiß jetzt raus. Auf diese Herausforderung. Ich möchte hier weitermachen. Geh jetzt mal wieder zurück hier. Ups. Mann, 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 Mann. Echt. Ja, komm, darüber kannst du ja wohl rüberfahren, ja? Also wirklich. Müllkiste hier. Bei Ebay würde ich dich nicht kaufen. Was ist denn hier wieder los? Schon wieder Terroraction? Okay, ich steige mal lieber ab hier. Ist das denn gut, ja? Cool. Eine Art Drohne. Oh! Wir werden hier angegriffen. Wir müssen helfen. Guck mal, wie viele da jetzt sind. Cool. Ich autoweitere sich näher in der Wulsch. Wulsch? Was ist das denn? Boah. Boah, Alter. Das ist ein Wulsch. Okay, dann passe ich. Ich bin weg, Leute. Ich bin weg. Die Wulsch mag ich gar nicht. Ich würde mal Granaten werfen. Ho, 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 ho. Ich fülle das mal an hier. Ich bin gleich tot. Boah. Alter Falter. Ah! Noch mehr Wulsch. Das ruckelt auch ein bisschen. Muss man ja mal dazu sagen. Boah, aber ganz schön. Kräftig. Guckt euch das mal an. Das liegt jetzt nicht an der Aufnahme, ne? Cool. Abgeschlossen. Alles klar. Ich war zwar kaum dabei. Okay, ich bin 28 in dem Fall. Wie weit runter geht's noch? Ja, um euch zu demonstrieren, dass ich nicht der Letzte bin, ne? Ist da einer von meinen Leuten vielleicht dabei? Die ich kenne? Nö. Cool. Ego-Upgrade verfügbar. Ey, ich will auch was haben. Zack, zack, zack. Ich nehme hier alles. Obwohl, anscheinend nehme ich da nicht deren Zeug, sondern nur meins. Ist ja abgefahren hier. Okay, Leute. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt noch da vorne hingehe und wir dann diesen Letztest beenden. Eigentlich ist es ja ganz lustig, das Spiel. Natürlich muss man da Abstriche machen. Das Spiel hat schon einige Zeit auf dem Buckel und man sieht es im Game auch an. Ja, also grafisch ist es jetzt kein Gaumenschmaus, sondern eher ein Gaumengraus. Aber es ist kostenlos und was will man eigentlich mehr, ne? Da kann man wirklich nicht meckern. Natürlich wird es nicht jetzt jedem gefallen. Ich finde es ganz lustig. Vollgas. Vollgas. Was ihr davon natürlich haltet, das weiß ich nicht. Aber man kann es ja doch mal probieren. Also, das sollte ja wohl nicht das Problem sein. Riecht nach Sieg. Sammle Ferro-Modbrun. Ist es wieder irgendwas mit Event oder was? Ah. Cool. Hier wahrscheinlich. Da kommen noch mehr Hellbugs. Boah. Mehr du. Krassere Waffen als ich. Dann können wir mich auch noch verlangsamen. Okay. Ich mach mir jetzt ruhig, wa? So, jetzt dürfen sie mich nicht sehen. Ah, da ist I am a guy. I am a guy. Hallo. Will ich dir helfen? Ich mach den Käfer fertig. Heute gibt's Käferlarven-Suppe. Was ist dein Baby-Tort? Gut gemacht, Leute. Aber ich brauche auch noch ein paar Pheromon-Proben. Also, ich helfe euch hier und ihr klaut mir die ganzen Pheromon-Proben, oder wie? Sieht eher aus wie ein Kothaufen. Probe erfolgreich genommen. Gute Arbeit. Sieht so aus, als ob wir gekriegt haben, was wir wollten. Ah, ist doch toll. Cool. Granatenladung. Können wir ja weiter. Und dann werden wir aber auch bald diesen Letztest, wie gesagt, beenden. Aber ist wirklich... Also, wie gesagt, ich find's ganz okay. Was heißt ganz okay? Ich find's eigentlich ganz lustig. Und cool. Zack. Voll reingedüst, ey. Und ich mal wieder mittendrin, wa? Komm her. Der Terminator kommt. Unsichtbar. Der Zauberer. Ja. Kuschel mit dir. Okay. So einen Kill hätte man auch mal machen können. Spaß, wenn man den von hinten auch gleich die gleiche Kill machen kann. Na gut. Ich glaub, wir haben das Ding jetzt hier gesäubert, oder? Oh, du, verflucht noch mal. Oh, weg hier. Er will dich töten. Das ist ein Alter. Weiter spiel. Der hat aber wirklich drauf. Abgeschlossen. Cool. Yeah, Baby. Das Mitnehmen hier. Steh auf, Mann. Steh auf, Mann. Was willst du, Mann? Was ist das hier? Komisch. Okay. Geh ich mal weiter? Hab ich hier mein Sold erfüllt? Ja. Meine Güte, ich knall hier immer gegen. Also die Lenkung von diesem Fahrzeug ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Mir gefällt sie gar nicht. Ich weiß nicht, da muss ich immer wieder an Halo 1 denken. Von damals, da war die auch beschissen. Nee, ich will aber keine Pheromonproben mehr nehmen. Ich möchte nicht mehr in die kacke fremder Viecher wühlen. Bin jetzt mal weg. Besiegt den Monarch. Okay, Leute, das machen wir noch. Und dann werde ich diesen Part beenden. Das sind immer so kleine Events. Und dann werde ich damit verzweifelt. Fantastisch. Lass uns das nochmal machen. Nö, ich möchte es nicht nochmal machen. Ich möchte jetzt gehen, Mädel. Da lang müssen wir. Ich werde da trotzdem nochmal gucken, dass ich jetzt da hingehe. Dass ich versuche es. So, Leute. Hier können wir den Part wirklich jetzt beenden. Das ist nicht schlimm. Wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Test. Let's Play. Wie auch immer wieder. Und ihr könnt ja eure Meinung zu diesem Spiel sagen. Wie ihr es findet. Ob ihr es euch schon downgelautet habt. Und selber mal angetestet habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.